Mit diesem Outfit und diesem Groove, die Look und allem, passt doch unschuldig voll. Das ist so geil. Sie ist eine nette Person. Und ich denke, das ist nicht selbstverständlich bei Schönheitsköniginnen. Aber ich denke, es gibt noch hübschere Frauen als sie. Und weil die beiden ein von Paparazzi verfolgtes Pärchen spielen sollen, sind sogar Lindas Schauspielqualitäten gefragt. Go! No! Stop it! Yeah, 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 yeah! Go away! Go away! Stop it! Stopp! Ja, Lehrerin war früher auch mein Traumgebracht. Oder ein Kindergärner. Ich denke eher, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie vielleicht krank sind oder dass sie aus diesem Grund vielleicht da sind, weil es ihnen nicht gut geht. Das ist eigentlich ein anderer Grund. Die Leute sind natürlich, das sind alles Afrikaner und Südafrikaner und teilweise fragen zu einem etwas. Ich habe hier schon etwas gesehen, so ganz ein kleiner Elefant oder ein kleiner Loi, welches selber gemacht ist. Das gefällt mir sehr gut, welches man einfach aufstellen kann und auch schön, dass es in der Zeit sieht.